Hallo und herzlich Willkommen bei TipTapTube! Hallo! Wir haben hier heute heiß und fertig das Kartoffelspiel. Hier ist die Kartoffel. Boah, ist die heiß! Wir schmeißen die hin und her, weil sie ja heiß ist. Jeder kann die nicht lange festhalten. Die spielt die ganze Zeit ein Lied ab. Und wenn das Lied aufhört und derjenige, der die dann in der Hand hat, der muss eine Kartoffel nehmen. Und wer drei Kartoffeln hat, der ist dann... Der ist dann raus. Okay, mal los! Oh, das ist das hier für Mama! Das hier für Mama, genau! Ich? Würde ich mal sagen, ne? Hab ich jetzt eine. Max hat die erste Kartoffel. Ja. Ich hab ja noch zwei. Auf dem Weg zum Kartoffel-Kid. Was? Ja, den Kartan. Okay. Dann muss ich ja noch nichts verschwärten, ne? Oh, die ist aber heiß! Huah! Hilfe! Heiß! Huah! Oh, das war Papa! Oh, das war Papa! Oh, das war Papa! Oh, meine erste Kartoffel! Jaaaah! Ich bin dran! Ach so! Heiß! 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 Hier! Oh, das war echt... Schnell, schnell, schnell! Schnell, schnell, schnell! Schnell, schnell, schnell! Max? Max! Schnell, die zweite! Hä? Ihr habt beide aber gar nichts! Nein! Wir sind ganz fixiert, ne? Max auf dem Weg zum Kartoffel-Kid! Ja, ja! Ich esse ganz viele Kartoffel-Kid! Und ich auf dem Weg zum Pommes-Kid! Ja! So! Jetzt geht's hier weiter! So! So! Heiß! 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 So! Nummer 3! Oder warst du da? Nein! Das war bei ihm! Er hat's bei ihm mit dem Arm gemacht! Okay! Max ist drauf! Tut mir leid! Er ist noch stiller als er wollte! Wir sind jetzt drei, die hier noch drin sind! Und der ist langweilig! Der ist langweilig! Ich bin Schiedsrichter! Ich bin Schiedsrichter! Ey, du hast ihn schon vorher geschossen! Ja, ich bin der Schoffel! Heiß! König, ja! Heiß! 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 Was ist das gemacht? Wieso werden wir jetzt zum Mieter? Ja! Heiß! 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 Nein! Heiß! Heiß! Wir haben nur bisher Papa und ich was haben! Ja! Weiß ich auch nicht! Ihr Schummelt! Nein! Ich bin einfach ganz dick! Weiter geht's! Ich block ihn gleich ab! Ich auch! Ich bin mir von mir! Danke, dass ich mit spiele! Ich bin mir von mir! Wieso wofür ist mir nur zu mir? Mama ist auch noch da! Ja! 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 Das seht nicht! Doch! Das seht ihr! Ja! Ja! Das seht! Genau! Oh! Das ist Papa! Ich würde sagen, ich bin raus! Oh! Oh! So, Papa und ich dann raus! Erst! So, jetzt hier im Finale! Egal! Keine Art! Hä? Ja! Ja! So, jetzt los! Weg damit! Nein! Das ist einer! Schnell! Komm unterirdisch! Nein! Eber am Tisch! Schnell! Noch hast du eh! Oh! 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 Ich seh schon die erste Kartoffel! Du siehst gar nicht! Doch! Oh! Ich seh sie schon! Hab ich das nicht gesagt! Eine Kartoffel fällt! Aber es hat noch nichts zu sagen! Genau! Lass uns laufen! Du hast gar nicht zu sagen! Oh! 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 Weg damit! Achtet auf die Musik! Oh! Zwei! Zwei! Jetzt muss ich zusammenreißen! Ich glaube auch! Fang noch mal! Genau! Muss er nicht direkt wieder... Nicht wegschmeißen! Fang! Und jetzt ist er wieder weg! Komm! Denk dran! Ist heiß! Und fertig! Nein! Mein Fingerbein fertig! Hilfe! Verbrannt! Hilfe! Und jetzt Arm ab! Und jetzt! Das noch Mama! Okay, 2 zu 1! Na klar! Ah! Fangen! Und jetzt! Wir machen jetzt! Wir machen jetzt! Wir machen jetzt! Wir machen jetzt! So! Ich bin wieder mit! Aber weißt du was? Eigentlich wäre es cool wenn es nicht immer... Man kann es hier schon so ein bisschen voraussehen, weil es aufhört! Und jetzt! 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 Oh! Die dritte Kartoffel! Ja! Ich habe eine! Und... Mama hat gewonnen! Das ist aber ein lustiges Spiel! Ich finde es auch cool! Aber irgendwie möge die Kartoffeln nicht so! Oder möge ich ganz gerne! Irgendwie ist das ja auch ein bisschen bewegungslos, ne? Ja! Wie wäre es wenn wir mal eine Runde machen mit Bewegung? Ja! Wir laufen um den Tisch rum! Ja! Gut! Okay! Also du bist die Erste! Ja! Ich bin schon mal! Wir haben verloren! Nee! Was macht der Verlierer? Extra untenlaufen! Verlierer? Nein! Der macht gar nichts los! Jetzt müssen wir kurz in meinen Tisch drehen, damit wir wieder rumrennen! Die Garten sind alle über die Gericht an, damit wir nicht in den Halt und den Tag, dass wir jetzt nicht vor Ort gibt! Jetzt wollen wir mal! Das ist alles!